In der Sendung Maischberger ging es mal wieder um die aktuelle Bausituation in Deutschland, die massiv gescheitert ist. Die Bundesregierung hatte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Geliefert wurden ca. 240.000, 250.000. Und es gibt eine Prognose von der Bauministerin Gaywitz für das nächste Jahr, dass auch dann die 400.000 Wohnungen nicht erzielt werden. Es wurde aber wieder mal der Elefant im Raum nicht angesprochen, woran das eigentlich liegt. Angeblich liegt es an den gestiegenen Zinsen. Wir gucken uns die Situation an. Stimmt das ganz genau mit den Zinsen oder hat das andere Gründe? Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen das einmal hier bei daserste.de. Maischberger am 27.09. So, und da sehen wir die Bauministerin Gaywitz von der SPD. Dann sehen wir dabei von der CDU den Thomas Heilmann. Dann sehen wir hier Christopher Clark, Sir Christopher Clark ganz genau, das ist in Australier ein Historiker. Aber, und das muss man direkt vorwegnehmen, er hat hier bemängelt, dass es wiederum in Deutschland einfach nicht die richtigen konservativen Menschen offensichtlich gibt. Und speziell im politischen System. Man merkt daran, dass ein stabiles politisches System konservative Menschen braucht. Und damit hat der Mann doch vollkommen recht. Denn wir haben doch mindestens fünf Parteien, die links sind. Das ist, na klar, die Linke, danach direkt dicht gefolgt von den Grünen, teilweise noch Linker eingestellt. Danach haben wir die SPD, mittlerweile ebenfalls gleich zu verorten. Genauso haben wir dann mittlerweile eine CDU, CSU, die ebenfalls sehr viele linke Positionen vertritt. Und dann haben wir auch noch eine FDP, die diese ganzen Ampelentscheidungen und Ideen ja mitträgt. Ebenfalls eine linke Politik, die hier betrieben wird. Und welche Alternative zu einer konservativen Partei gibt es? Richtig. Das ist eine einzige Partei, die ganz böse ist. Wir wissen das ja alle drum und dran. Ne, das kennen wir ja mittlerweile. Es waren noch ein paar andere Gäste in der Talkshow da, die jetzt gar nicht so relevant sind, wie ich persönlich finde. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie wir alle mit 18,36 Euro pro Monat diesen Schwachsinn hier finanzieren. Sandra Maischberger, diese Sendung hier, verschlingt fast fünf Millionen Euro pro Jahr. Zahlen enthüllt. Hier ist es am 19.09. im Fokus. Und das Ganze geht zurück auf Business Insider Dokumente, die denen vorliegen. Und dann heißt es nämlich hier, für jede Sendung von Maischberger fallen rund 140.000 Euro an. die zuständige Produktionsfirma also gezahlt haben soll. Dies ergibt laut des Berichts eine Summe von jährlich knapp 4,7 Millionen Euro. Und das Ganze ist natürlich sehr schön für die Betroffenen. Davon sollen 2,3 Millionen Euro pro Jahr für redaktionelle Arbeiten anfallen. Während sich Technik, hier Kosten auf Reisen und so weiter, auf insgesamt rund 1,6 Millionen belaufen. Und für die Moderation von der Frau Maischberger sind hier satte 795.000 Euro pro Jahr angefallen. Das muss man sich mal reinziehen. Wenn man sich dann wieder anguckt, dass jetzt hier CDU und SPD vertreten ist, wir sehen erneut keinen der größten Oppositionspartei in den aktuellen Umfragen, eben von der AfD. Man kennt das Spiel ja mittlerweile. Fünf Stühle, eine Meinung. Ja und das klare abgegebene Wahlversprechen von der SPD und speziell auch hier von Frau Gaywitz wird hier das erste Mal öffentlich zurückgenommen und bestätigt, dass das nicht eingehalten werden kann. Denn dann heißt es nämlich jetzt hier, das Wahlversprechen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen, wird in dieser Legislaturperiode nicht eingehalten. Tja Leute, surprise, surprise. Wen sollte das denn überraschen? Das Interessante daran ist aber, dass die Dame das auf die Zinsen schiebt, weil die Zinsen ja jetzt gestiegen sind. Denn hier oben heißt es, im Talk bei Sandra Maischberger verwies sie auf die gestiegenen Zinsen und prophezeit für das kommende Jahr einen weiteren Einbruch. Tja Leute, da kann ich zustimmen. Das ist einerseits absolut richtig. Es wird nächstes Jahr weiterhin einen deutlichen Baurückgang geben. Wir werden natürlich ebenfalls keine 200.000 oder auch 400.000 oder 500.000 oder 100.000 Wohnungen vielleicht sehen, wer weiß. Aber es wird definitiv keine 400.000 sein. Und das Ganze jetzt hier auf die aktuelle Situation der Zinsen zu schieben, das haut nicht hin. Denn wenn man sich überlegt, je nachdem, was für ein Haus man baut, wo man das baut und alles, aber man kann ja roundabout, Pi mal Daumen sagen, so circa ein Drittel ist so ein Hausbar teurer geworden. Sagen wir jetzt mal, man hat so ein Haus für 600.000 Euro dieses Jahr, wären dann letztes Jahr circa 400.000 Euro, reine Baukosten ohne Grundstück. Jetzt sind die Zinsen vom letzten Jahr, gehen wir mal von aus, von irgendwas um die 2%, das Ganze ging ja langsam hoch, zu aktuell circa 4 bis 5%, 4,5% im Durchschnitt so ungefähr gestiegen. Gleichzeitig sind aber die Löhne und Gehälter in Deutschland nicht um ein Drittel gestiegen. Das ist doch das Problem. Und da geht es doch nicht um die mickrigen 1, 2, 3%, die hier im Zins gestiegen sind. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Es geht um die Baukosten. Und es geht noch viel weiter. Das sind ja nicht nur die reinen Baukosten, die gestiegen sind. Das sind natürlich die Bauvorschriften, die ganz massiv und eklatant durch diese Regierung mitverändert wurden, zum Schlechteren für die Bürger. Insofern, dass es dadurch natürlich auch teurer geworden ist zu bauen. Gleichzeitig sind natürlich auch zahlreiche Förderungen des Staates, sprich ja, durch unsere Steuergelder von allen, weggefallen. So, dass energetisches Bauen nicht mehr so unterstützt wird, wie das über die letzten Jahre hinweg der Fall war. Wir wissen das noch aus einer Aktion vom letzten Jahr von Robert Habeck, dass er mir nichts, dir nichts an einem Wochenende in einer Nacht- und Nebelaktion hingegangen ist und einfach einen KfW-Förderkredit gestrichen hat, wo einige Leute gerade kurz davor waren, den Vertrag vielleicht schon unterschrieben haben, den Antrag einreichen wollten und auf einmal ging es nicht mehr. Und dann stehst du da mit deiner kompletten Planung, mit Architektenleistungen für zehntausende Euro, die du schon in Vorleistungen erbracht hast, willst diesen Antrag gerade einreichen und dann geht es nicht mehr. Ich hatte darüber berichtet, Bekannte von mir in diesem Neubaugebiet, wo ich ebenfalls bauen lasse oder das Ganze gescheitert ist, wie man sieht, da ebenfalls sowas passiert ist. Absoluter Knaller. Dann haben wir den nächsten Punkt. Die Enteignungsfantasien, die immer wieder häufiger in der Presse hochkommen durch zahlreiche Politiker, dass man doch den Wohnraum teilen müsste, dass wenn Wohnraum frei wäre, da ist doch nur logisch, dass die Bevölkerung Angst hat und natürlich nicht mehr bauen möchte. Das ist doch logische Konsequenz. Wenn man sich dann auch noch den weiteren Punkt über das Gebäudeenergiegesetz, welches, ja, richtig, durch die gesamte Ampelkoalition im Bundestag abgestimmt wurde, auch Wolfgang Kubicki, der vorher gesagt hat, wie schrecklich es wäre und wie schlimm es wäre, wenn dieses Gesetz kommen würde, stimmt aber dann im Bundestag zu. Man kennt das ja mittlerweile von der FDP, so rum, so rum. Und dass diese Koalition dieses Gesetz verabschiedet hat, ist maßgeblich einer der Gründe, warum wir in Deutschland diese aktuelle Situation haben und sich viele Menschen eben einen Neubau schon mal gar nicht mehr leisten können. Aber auch ein gebrauchtes Gebäude. Sprich, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, ja, ich habe jetzt hier ein Gebäude aus 1970, 1990, irgendwie sowas gefunden. Das hat aber einen Energieeffizienzwert von Klasse E, so zum Beispiel, oder F von mir aus sogar, 200, 250. Gestern hat mir ein Bekannter eines geschickt mit H, über 250 Kilowatt pro Quadratmeter per Annum. Ja, Prost Mahlzeit, da sagte ich auch nur, jo, gut, das Gebäude liegt bei 800.000 Euro mit einem 1.000 Quadratmeter Grundstück. Das kannst du dir natürlich kaufen, aber nicht für 800.000 Euro. Da steckst du mindestens 200.000 Euro in die energetische Sanierung rein, damit du irgendwo vielleicht auf ein C draufkommst. Dann hast du erstmal nur die nächsten 10 Jahre Ruhe. Und was ist dann? Dann geht das Ganze direkt wieder von vorne los. Einen alten Baukörper, das Gebäude hat ein Baujahr von 1938. Den wirst du nicht auf einen Standard bekommen mit irgendwas 40, 50 Kilowattstunden. Und wenn doch, dann kannst du eine halbe Million nochmal zusätzlich investieren. Das ist absoluter Schwachsinn, was hier passiert, wie hier vorgegangen wird. Und da wird jetzt hier als vorgeschobener Grund gesagt, die Zinsen wären gestiegen. Und natürlich weiterhin wird auch der Elefant im Raum nicht angesprochen. Wir haben zahlreiche Wohnungen und Häuser in Deutschland zur Verfügung. Benötigen wir eigentlich so viel Neubau? Ist das wirklich notwendig? 400.000 neue Wohnungen? Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir mittlerweile zu viele Leute in Deutschland sind. Darüber muss man doch ebenfalls diskutieren. Aber wenn man das macht, wird man natürlich direkt in eine gewisse Ecke gestellt. Wir kennen das mittlerweile. Nichtsdestotrotz, jetzt eure Kommentare unten reinschreiben. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.